Hallo und willkommen zu einer neuen Runde Flohmarkt-Funde. Ja, reimt sich sogar. Ich und mein Bruder waren am heutigen Tag auf dem Flohmarkt, bei mir sogar in der Nähe. Es war ein bisschen ungewiss, weil es gestern Abend geregnet hat. Heute sind einige Stunden Regen angekündigt gewesen, auch als wir jetzt zu Hause waren. Wir sind ja sehr früh los gewesen, so um sieben sind wir da gewesen. Und als wir dann so gegen elf, fing es kurz an, wieder nochmal zu regnen. Wir haben Glück gehabt, trocken, alles. Und ja, ihr fragt euch, haben wir was gefunden? Werdet ihr gleich sehen. Und nochmal ein schönes Willkommen zu diesem schönen Video, hoffe ich auch für euch. Und ja, ein schönes Moin Moin in den Norden überhaupt oder vom Norden überall hin, wo ihr gerade sitzt und dieses Video schaut. So, ihr wollt wissen, was haben wir denn gefunden? Also wie gesagt, dieser Flohmarkt, das ist ein normaler Flohmarkt-Ausstatter bei mir in der Stadt. Ich sag mal, so über den Sommer, von März bis Oktober, so alle sechs Wochen kann man sagen. Ist halb überdacht, ist bei so einem größeren Supermarkt, so einem Parkplatz-Flohmarkt. Ihr kennt das sicherlich auch. Und in dem Sinne gibt es dort eine Mischung aus Händlern und Privatleuten. Jedes Mal sehr spannend, diesmal auch mit sehr vielen Trödlern. An typischen Händlern auch von LPs über, ja, Schrott und was nicht alles. Die Gamehändler, die Toyhändler, auch, ja, Lego-Händler und so weiter waren auch da. Aber da haben wir jetzt auch nicht so was gefunden. Aber bei einem Händler sind wir sogar, Gamehändler sind wir sogar fündig geworden, weil der gesagt hat, er hört auf und hat alles zu 50% rausgehauen. Und da haben wir echt geile Sachen gefunden. Die zeige ich euch aber zum Ende hin, die richtig tollen Sachen. Und ich kann euch so sagen, es wird sehr game-lastig. Es tut mir leid, weil für die anderen, die denken, was haben wir noch an Retro-Funde. Diesmal war es wirklich so. Wir haben nicht, wir haben gesucht, aber wir haben jetzt keine Bücher gefunden. Ich habe kein Drei-Frage-Zeichen gefunden. Und das einzige Buch, was wir interessant empfunden haben, war ein Assassin's Creed-Roman, aber auf Englisch. Den haben wir liegen gelassen, da wir die auf Deutsch bereits haben. Aber der erste Fund ist auch comic-relevant und etwas, was wir so noch nicht gefunden haben. Wir haben, was heißt nicht gefunden, das stimmt nicht. Zu einer anderen Serie, zu Tim und Struppi, habe ich schon mal sowas vom Fluhmarkt mitgenommen. Aber diesmal ist es nicht Tim und Struppi, sondern ein Auto von Spirou und Fantasio. Ja, dieses wunderschöne Auto, der Tourboot Rhino One, aus dem entsprechenden Comic. Ich blende euch hier das Cover ein, weil ich jetzt hier nur den französischen Titel habe. Ich habe gerade nicht den deutschen Titel im Kopf, weil ich habe gar nicht so darauf geachtet, dass hier der Titel des Comics steht. Auf jeden Fall mit Spirou und Fantasio. Das ist noch ein Frank-Queen-Comic. Eben halt am Steuer, ihr könnt es ja hier sehen, wunderbar. Auch Pieps, das Eichhörchen ist dabei. Also ist richtig schön geworden. Den haben wir auf dem Fluhmarkt gefunden. Bei einem, wo wir noch ein paar andere Sachen mitgenommen haben. Der hatte auch noch weitere Tim und Struppi Autos. Die waren später in der zweiten Runde. Es waren auch schon weggekauft. Die waren aber nicht mehr in der Box, die waren lose. Und deswegen fanden wir sie jetzt nicht ganz so interessant. Hatte auch noch ein Flugzeug gehabt. Es gibt auch von diesen, nicht nur Autos, sondern auch Flugzeuge. Das war aber kaputt. Und da war noch ein Buch dabei. Das habe ich dann aber liegen lassen. Das war dann, ja, naja, ich konnte dafür nicht viel anfangen dann. Auf jeden Fall, dieses haben wir mitgenommen. Hat uns einen Zehner gekostet. Auch richtig schön. Es war vorher ganz dreckig. Ist natürlich schön sauber geworden. Ist von 2006. Und ja, einfach nur schön. Großer Fan sind wir dieser Comics. Ich habe die in meiner Kindheit gelesen. Und jetzt hat man ein wunderschönes Modell. Was man auf das Regal stellen kann. Und da sind wir wirklich sehr glücklich. Ja, bei dem haben wir wirklich noch mehr gefunden. Ich habe noch zwei Puzzle bei denen mitgenommen. Für je zwei Euro, da habe ich dann auch nicht mehr gehandelt. Sollen vollständig sein. Die kann ich aber auch nicht hundertprozentig sagen. Und zwar einmal dieses Mario Puzzle mit dieser Gruppe. Das ist von, ich habe hier ein Datum irgendwo gesehen, von 2016. Scheint gepuzzelt zu sein. Es ist so ein Poster vom Motiv dabei. Das ist auch noch dabei. Aber wenn man hier so sieht, es scheint schon mal gepuzzelt worden zu sein. Aber das heißt, ich werde mich mal wohl hinsetzen und das puzzeln. Ja, und hier ist so das Poster dazu. Auch natürlich sehr, sehr schön. So, dass man es als Referenz hat. Ist auf dem Poster auch das Logo? Ne, hier ist auf dem Poster gibt es kein Logo. Wunderbar. Richtig cool. Also anders als hier, meinte ich. Ja, also wie gesagt, das Puzzle gab es. Und das wollte zwei Euro für dieses Puzzle haben. Und dann gab es noch ein zweites Puzzle. Auch für zwei Euro. Auch für Mario. Dieses super Mario Puzzle. Auch richtig cool. Ich sehe gerade, dass auch hier scheint es schon mal gepuzzelt worden zu sein. Weil sind halt diese ganzen Flächen. Ja, ich werde es vielleicht nochmal zusammensetzen. Ich finde es cool. Weil es ist halt dieses Retro. Und ihr seht auch hier das Motiv. Das ist ja genau dieses Motiv, was gepuzzelt wird. Richtig cool. Also wie gesagt, für zwei Euro. Da habe ich gedacht, auch komm, lass es nicht liegen. So, ich will es richtig rumzumachen. Sind von 2016. Und wie gesagt, ja, englische Titel. Aber hier oben steht vom Motiv in Originalgröße, Poster. Ja, also je zwei Euro, oder? Das kann man doch nichts dagegen sagen. Ja. Und wie gesagt, der hatte noch weitere Sachen. Der hatte dann so eine Grabbelkiste mit allem möglichen Kleinkram. Und das sind so Reste von ihm gewesen. Da haben wir mitgenommen. Ich glaube, wir haben es zwei Euro bezahlt für den ganzen Kram. Und zwar, das sind aber jetzt nicht Original, sondern sechs Gameboy-Hüllen für Gameboy-Module. Die sind jetzt fähig, aber im Endeffekt gut fürs Verpacken, weil man findet immer mal Lose. Nimmt sie auch mit zum Verkauf oder Tausch oder sonst wie. Und ja, billiger geht das nicht. Wir haben auch sehr viel Lose. Das heißt, so kann man sie schützen. Und ja, wir haben jetzt einen Regenbogen farbenmäßig. Haben wir alle möglichen Schutze oder Hüllen für Gameboy. Und dann gab es noch zwei Schraubendreher. Sagt euch nicht viel. Das hier ist aber ein, ich glaube, Torx nennt sich das. So ein Dreier. Das ist ein Kreuzschlitzschraubendreher. Das ist ein Torx, ein Dreifach. Und das ist, um Module hinten aufzuschrauben. Zum Beispiel von Gameboy-Modulen. Oder wird teilweise benutzt. Auch Module von vielleicht Super Nintendo und so weiter. Kann natürlich auch sein. Ja, die gab es damit zu. Oder gab es auch für zwei Euro. Und da haben wir dann gesagt, okay, nehmen wir mit. Genau. Dann haben wir bei dem Stand noch, ich bin richtig fündig geworden. Ich greife jetzt schon vor, weil wie gesagt, ich sagte ja, game-lastig. Sind sehr viele Sachen zu Games dabei. Dann haben wir dabei gefunden, eine Gameboy-Anleitung hat er von dem Spiel. Kirby's Dreamland. Also wie gesagt, der wollte dann, ich glaube, ein Euro oder so haben wir bezahlt für das Teil. Also es ist nicht die Welt gewesen. So, warte mal. Ich will es hier so präsentieren, dass ich gleich das Video später machen kann. Kann man diese Höhen, die kann ich schon nach hinten so schieben, genau. Schraubendreher. Und dann machen wir hier die schönen Anleitungen. Und ich habe noch mit dabei gehabt, oder wir haben auch noch mitgenommen, Ersatzlinse vom Gameboy Color. War auch noch, wie gesagt, das war für ein Appel und Ei, hat er uns natürlich 3, 4 Euro bezahlt für das Ganze. Und die ist noch top in Ordnung. Total sealed. Kann man auch vielleicht mal als Ersatz gebrauchen oder Tausch. Ja, und dann haben wir noch 2 Spiele und etwas Besonderes gefunden. Ja, wir haben ja im Endeffekt 10 und plus 5 für dieses hier, den Gameboy Light Magnificer. Die OVP. Das Inlay war noch drin und das Gerät. Ich stelle hier hin, das Gerät habe ich hier. Sieht auch von außen top aus. Das ist so ein Lichtteil, das wird dann auf dem Gameboy fixiert. Kann man hier ranstecken, an dem klassischen grauen Gameboy. Da hat man diese Lupe dann halt und dann konnte man ein bisschen so durchgucken. Und wenn ihr es so seht, so ein bisschen vergrößert, dann konnte ich dieses Spielgeschehen sehen. Ja, das sieht von außen top aus, aber leider, ich werde es jetzt hier nicht öffnen, Batterien waren mal ausgelaufen und das Inlay ist kaputt. Da drin, wir sind noch am Reinigen. Kabel ist gerissen, also es ist sehr schade. Es fehlt, wie gesagt, Inlay ist dabei. Ist ganz leicht wellig, aber es ist sonst noch top. Es ist nicht verschimmelt oder so. Anleitung fehlt, aber im Endeffekt, das ist von außen noch top. Das heißt, zum Hinstellen, Idealfunktion ist nicht ganz gegeben. Aber für einen Fünfer mit der OVP, da kann man auch nicht viel falsch machen. Obwohl, wir haben es jetzt hinterher gesehen. Kann man nicht viel machen. Bei dem Stand haben wir noch ein Spiel und noch eine DVD-Box mitgenommen. Zeige ich euch gleich. Davor erwähne ich, dass ich noch zwei Pins mitgenommen habe. Also wie gesagt, es wird gleich komplett game-lastig. Also Filme kommen gleich noch mal kurz und das ist auch schon fast wieder game-relevant. Und zwar habe ich hier einen Pin gefunden von dem Bundesliga-Manager 98. Wird auch eingeblendet. Und einen Werbepin mit Snoopy von Konica. Snoopy, sowas nehme ich natürlich mit. So Merchandise ist ganz klein, deswegen ohne Foto würdet ihr den gar nicht sehen können. Ist ganz leicht angegibt, war wohl mal ein bisschen weißer. Aber ja, ist ein schöner Werbepin. Findet man eben halt nicht alle Tage. Und den Bundesliga-Manager-Pin werde ich wohl tauschen. Den habe ich schon mal gefunden. Und den werde ich jetzt sozusagen weitergeben. Dann greife ich noch mal kurz vor, weil das ist eine Anleitung. Bei dem einen Händler, wo ich am Eingangs erwähnt hatte, dass der aufhört und 50% auf alles gegeben hat. Oder so, also richtig günstige Preise. Das war dann im Bundle später umsonst. Wir haben mehrere Teile gekauft. Ich habe was gekauft, mein Bruder hat was gekauft. Das gab es dann im Tausch oder im Preis dann mit drin. Die Tamagotchi Gameboy-Anleitung dieses Spiels. Das Spiel selbst, Tamagotchi, haben wir, ich glaube, im letzten Flohmarkt-Video, habe ich es euch gezeigt, haben wir das Modul gefunden. Hier haben wir jetzt das Manuel. Also die Anleitung. Das Manuel, die Anleitung. Ja, und da kann man dann auch nichts verkehrt machen. So, jetzt kommen wir zum Filmbereich. Und zwar, das gab es, ich muss jetzt raten, weil es im Bundle war, auch bei dem Stand, wo wir das hatten, haben wir mehrere Sachen gefunden, weil er gerade am Auspacken war. Und ja, ich habe noch dieses und ich habe noch jenes. Und somit kamen wir zusammen. Er hat auch noch viele Timo Struppi und Spiro und Phantasio Comics. Die habe ich aber nicht mitgenommen, weil ich sie bereits besitze. Hätte ich natürlich für meine Schwester zum Beispiel mitnehmen können, aber die waren auch nicht in dem perfekten Zustand. Die waren auch sehr zerlesen. Sagen wir mal so rum. Aber er hatte das in einem fast perfekten Zustand. Hier außen ist die Anleitung so ein bisschen, oder die Box, ein bisschen geknickt. Und zwar, das ist die DVD Collection von Teenage Mutant Ninja Hero Turtles. Ihr könnt hier sehen, hier ist das leider so ein bisschen angeknickt. Hier ist so eine Knickkante. Ansonsten, die DVD ist Neuzustand. Top. Ja, und das Ding ist echt ein hammergeiler Fund. Denn das sind die Episoden 170 bis 193. Und diese Box ist nicht so häufig, denn auch die Blu-ray-Box davon geht nur bis 169 Episoden. Und diese Edition fehlt noch. Ist nicht auf Flurie bisher umgesetzt worden. Ist ein Sammelstück. Und ihr könnt mal googeln, dass für den Preis, den ich dafür bezahlt habe, das findest du normal nicht mehr. Bei Ebay, also ich wollte nur gerade nach unten zeigen, aber das ist Quatsch. Schaut mal bei Ebay nach. Google die, mir ist die Kinnlade wirklich. Also ich suchte wahrscheinlich meine Kinnlade, als ich den Preis gesehen habe. Die war unten. Das Ding hat utopische Preise bekommen. Und teilweise überzogen. Aber ist super selten und ein schöner Fund für die unsere Sammlung. So. Einen Film haben wir noch gefunden. Den haben wir, glaube ich, für drei Euro mitgenommen. Ist der einzige wirkliche Blu-ray-Film, auch wo ich hier noch eine Videokassette mitgenommen habe. Und zwar den Clint Eastwood-Film Firefox. So ein Science-Fiction-Thrroller. In einem schönen Zustand. Hat natürlich nur eine Disc, kein Wendecover. Leider eine kleine Dokumentation über Clint Eastwood. Und ja, den gab es auch nochmal für drei Euro. So, legen wir so hin. Schön aufbauen. Ja, und dann haben wir noch ein bisschen Games mitgenommen. Beziehungsweise, das wird gleich alles aufsplitten. Sich aufsplitten in verschiedene Bereiche. So meine ich das mit verschiedenen Systemen. Aber ich sage dir noch eine Videokassette. Und zwar gab es die für einen Euro. Und das ist auch ein Schnapper bei dem letzten Herrn, wo ich diese ganze Sache gekauft habe. Und zwar, wie viel 3D hältst du aus? Die Promokassette fürs N64. Hier steht auch noch Nintendo drauf. Und, gleich könnt ihr es sehen. Hier sind Videos drauf. Demo-Videos sozusagen. Von verschiedenen Spielen, die auf dem N64, nicht Super Nintendo, herauskommen, werden, kommen. Ich erkenne da zum Beispiel Wave Racer, wenn ich das richtig sehe. Dann Mario Kart, ein Zocker, Super Mario N64. Ja, und noch ein paar andere. Richtig toll. Wie gesagt, ich habe die gar nicht in der Sammlung. Ich bin ja so ein Promo-Sammler. Und das macht sich in der Sammlung jetzt mega. Ja, war mal kostenlos. Aber im Endeffekt für 1 Euro? Da kann ich mich nicht beklagen. Das ist einfach Hammer. Ja. So, und jetzt kommen die weiteren Games. Und zwar haben wir 5 Playstation 1 Spiele mitgenommen bei dem Händler, der, wie gesagt, aufhört zu existieren. Also wir haben noch mehr Spiele bei dem mitgenommen. Ja, fast alles, was ich jetzt euch zeige, ist von dem, wo es die Ausnahme sind, zeige ich euch dann. Wie gesagt, da hat er Playstation-Spiele, die sind auch in einem schönen Zustand teilweise, da hat er echt ganz günstige Kurse gemacht. Normal wäre es dreifache und so weiter. Und wir haben jetzt hier, hat mein Bruder zwei Spiele mitgenommen. Ich habe es ein bisschen durcheinander gebracht. Mein Bruder hat nochmal zwei Spiele mitgenommen. Eins hat er auf meinen Bitten und die waren teilweise in so Plastikhöhlen gepackt, aber die sind teilweise auch schon angerissen gewesen. Deswegen habe ich sie auch schon entfernt. Aber wirklich sehr schöne Zustände. Und hier haben wir einmal X-Men Mutant Academy 2 für die Playstation 1, wie gesagt. Und von Mike Royce Invasion, das ist so ein 3D-Shooter, auch in einem sehr schönen Zustand. Und die gab es zusammen für 15 Euro. Und für 20 Euro habe ich hier drei Spiele mitgenommen. Er wollte erst 25. Ich dachte, komm, ich würde dir 20 geben, weil ich sie so nicht oft gesehen habe. Und sagte, ja, okay, teilweise wirklich guter Zustand. Dieses eine wird mich verlassen. Es ist nicht im perfekten Zustand, weil es ist auch ganz leicht sonnengeblichen, aber es ist leider eine Videotheken-Fassung. Das heißt, was heißt Fassung? Es ist leider ein Videotheken-Aufkleber auf der Disc und auf dem Handbuch. Ansonsten ein sehr schöner Zustand von Might and Magic oder Crusaders of Might and Magic. Passend dazu, und das ist auch, wie gesagt, ein sehr, sehr schöner Zustand. Warriors of Might and Magic. Und ein, ja, Warhammer-Spiel, Space Hulk, Vengance of the Blood Angels in einem sehr schönen Zustand. Einziger Haken, aber das Handbuch, ihr könnt euch sehen, das ist mega dick, ist leider hier in der Mitte durchgebrochen. Ansonsten aber noch vollständig. Gut, passiert. Kann man sich jetzt nicht, kann man jetzt nichts gegen sagen. Die Preise, das war super. Ich habe für die 3 20 Euro bezahlt. Und ich habe gesehen, einzeln geht das für ein Zwanni. Das sind sowas jeweils 10 Euro Titel, 10 bis 15 teilweise. Je nachdem, wie es ist. Und, ja, das 20, 25 ist auch am 28 gerade. Da habe ich einen Schnitt gemacht mit 20. Also da kann man sich nicht beklagen. Ja, bevor ich wieder zu dem Stand komme, geht es weiter mit anderen Spielen, die wir gefunden haben. Auch bei anderen Ständen. Hier habe ich eine Sache gefunden. Ich habe zwei Spiele gefunden, Playstation 2. Bei, ja, einem anderen, der hatte da viele Filme, aber auch ein paar Spiele. Meistens so FIFA und Co. Das hatten wir. Aber ich habe hier zwei gefunden, zwei Rennspiele, die man nicht so oft sieht. Und ich habe gedacht, komm, nehme ich mit. Einmal Gran Turismo Prolog. Das ist Gran Turismo 4. Das da ist, ja, es ist ein Rennspiel, aber irgendwie auch ein Prolog. Also sind die ersten Level wohl. Keine Ahnung genau. So ein Fahrerkursbuch steht hier. H2 Dist. Sehr schöner Zustand. Hier so ein Making-of-DVD. Auf sowas stehe ich ja immer. Also ich mag es in die Kulissen blicken. Das habe ich gefunden. Und dann lag da auch noch Need for Speed Carbon Collector's Edition. Auch ein schönes Schuber. Die Disc und auch dieses hier Collector's Edition. Ein sehr, sehr schönen Zustand. Teilweise findet man die auch nur so. Auch hier eine Bonus-DVD. Alles Top-Zustände. Gut, ein bisschen eingestaubt, ein bisschen abgenutzt der Schuber. Aber ich habe es schon wesentlich schlechtere gesehen. Und ich habe dafür nur 3 Euro bezahlt. Und das Coole war noch, und die geht auch so um die 5 bis 7 Euro, bei dem Need for Speed Carbon war noch eine Memory Card von Magic Gate oder von Madcats dabei. Ja, eine 8 Megabyte Karte. Kostet ja auch extra. Und für den Preis, ja, da kann man auch nicht sich beklagen. Also, top. Ja, so, was haben wir noch an Spielen? Ich versuche mal jetzt konsolenartig das so ein bisschen aufzubrechen. Dann beim Stand, ich glaube, man wurde ja 2 Euro bezahlt oder so. Ein Adventure, was von Daedalic vertrieben wurde. Leider ein Knick auf vorne, aber es ist noch zielt und neuwertig. Leider, wie gesagt, aufgerissen. Und zwar geht es um Gemini Ruh, Verschwörung auf Barakos. Ein Science-Fiction-Adventure. Ihr seht, hier sind so ein bisschen geknickt. Das ist ja auch dadurch hier aufgerissen. Aber hier oben noch zielt und für den Preis kann man es erst mal mitnehmen. Ja, ansonsten, wie gesagt, ganz normales Stubel Case. Hier noch zielt diese Sticker, diese Aufgeber und deswegen wieder top. Genau. Ähm, so, ja, 2 Euro. Und bei dem haben wir noch ein Playstation 4 Spiel gefunden für 2 Euro. Das zeige ich euch aber auch gleich. Ich will jetzt konsolengerecht euch das zeigen. Ja, ähm, für 3 Euro, glaube ich, war das maximal, weil das im Bundle war bei diesem Händler, wo wir auch die BVD-Box haben. Das war so zuerst das Spiel. Plus die Turtles-Box gab es für den Zehner. Wir haben ein bisschen mehrfach bezahlt bei dem, weil er immer neue Sachen rausgeholt hat und wir vorher immer gedeert haben. Gab es noch mal ein Gamecube-Spiel, Bad Boys 2. Und zwar die Piggy-Version und die englische Version. Ähm, war leider so ein Sticker auf dem Handbuch. Den habe ich aber auch schon weggemacht, auch wenn er leicht angerissen war. Aber das war auch das Alter. War schon, deswegen habe ich ihn komplett versucht zu entfernen. Ja, ist ein Third-Person-Action-Baller-Spiel. Keine Ahnung, hatten wir noch nicht. Und für den billigen, ich nach mal Kurs, nimmt man das gerne mit. Ja. So, dann gehe ich weiter zur Xbox. Sehr klassisch. Bei dem Händler für einen Fünfer. Und ich habe das Ding auch, es lag sogar zweimal. Aber nicht einmal fast zielt, angerissen. Aber ich habe jetzt ein komplettes Ziel mitgenommen. Ähm, habe geguckt, das ist recht selten eigentlich. Deswegen hätte ich es auch schon mal, dass andere mitnehmen sollen noch. Aber egal. Ich bin jetzt zu Hause. Und zwar Xbox-Promo von Unreal Championship 2. Auch noch sealed. Ihr seht, komplett sealed. Im sehr schönen Zustand. Ja, das gab es beim Händler, der wollte dann Fünfer haben. Im Bundle später, glaube ich, haben wir so maximal drei Euro bezahlt. Aber top. Und da hat mein Bruder für mich ausgelegt. In dem Sinne, weil er hatte dann noch Sachen gekauft. Ja. Und jetzt geht es mit Playstation 4. Für zwei Euro gab es dieses Spiel. Ich glaube, das haben wir schon. Aber das haben wir dann im Bundle mitgenommen mit dem PC-Spiel. Und zwar Rebels Invasion, die interaktive TV-Show. Auch im sehr schönen Zustand. Und für zwei Euro kann man das auch als gutes Tauschmaterial mitnehmen. Ja. Dann kommt gleich, wir nähern uns dem Ende. Es kommen dann gleich nur noch zwei Highlights. Aber im Bundle mitgenommen. Und hier sage ich dann auch gar keinen Preis, weil im Endeffekt, ach doch, kann ich sagen. Also das sollte ein Zehner kosten. Es geht um G.I. Joe, Operation Blackout. Ich bin ja ein G.I. Joe-Fan relativ. Also ich mag die alte Zeichentrickserie, die habe ich geguckt in der Jugendzeit. Und Transformers, das ist ja auch von Hasbro. Und dann haben wir dieses Spiel sozusagen, zwei leicht abgenutzt, aber noch Sealed. Für einen Zehner mitgenommen. Ist so ein Ballerspiel, bisschen comicartige Figuren. Aber wie gesagt, G.I. Joe, das sieht man so nicht. Wir hatten es nur digital und physisch jetzt in einem, ja, im Zielzustand für einen Zehner. Und da kann man nichts sagen. Es geht so für 20 Euro und da kriegt man es auch bei Amazon oder, naja. Gut, dann kommen wir jetzt zu zwei Sachen. Das Highlight folgt noch. Für 20 Euro habe ich doch mein Bruder dann überredet. Es sind noch Sticker drauf. Die haben wir noch nicht entfernt. Ein kleiner auf dem Cover, ansonsten an der Seite. Das ist aber alles überschaubar. In gutem Zustand sonst. Und die Hülle sieht sehr schön aus. Für 20 Euro. Dakt jetzt. Wie gesagt, bei dem Händler, der hat 50% auf alles. Er wollte erst 25 und dann hat er also auf 20 schon von sich aus runtergegangen. Für uns. Auch hinten kein Sticker. Man kann hier sehen, hier ist ein ganz kleiner Sticker. Den kriegen wir aber bestimmt ab. Und hier sind die Preissticker. Also direkt an einer Ecke, wo sie nicht auffallen. 39 D-Mark oder 40 D-Mark mal herabgesetzt. Und es hat ein Original. Jedenfalls ist auch, obwohl er auch überklebt ist, 95,50 gekostet bei Marktkauf. Ja, das waren noch Zeiten. Aber wie gesagt, in schönen Zustand und für 20 Euro, auch wenn es ganz leicht, aber sieht man, da muss man wirklich genau gucken. Sun faded auf dem Cover, aber 20 Euro, das Ding geht in schlechteren Zustand. Für weitaus mehr bei Ebay über die Ladentheke. Zum Beispiel. Und auch auf Börsen. So, jetzt kommt das Highlight. Da hat mein Bruder etwas über 100 Euro hingelegt. Also wirklich etwas. Es fehlt ein kleines Teilchen. Es ist ein US-Super-Nintendo-Spiel. Und zwar Final Fantasy 2. Ein echter Klassiker. Einen sehr, sehr schönen Zustand ansonsten. Gut, die Box hat hier Abnutzungserscheinungen. Sie kommt aber auch, wie gesagt, in einer schönen Plastikbox. So ist es schon mal geschützt. Modul, Anleitung, Anleitungs- und OK-Zustand. Es fehlt leider die Karte. Aber selbst das Modul wird einzeln, lose, fast von Hundi verkauft. Mit OVP und Handbuch. In schlechteren Zuständen gibt es bei 200 bis 300 Euro. Hier haben Sachen gefunden bis zu 600. Das ist total utopisch. Aber 130 Euro hat mein Bruder bezahlt. Das klingt viel, aber es ist ein Schnapper. Es ist ein Schnapper. Ich habe es mir bestätigen lassen in der Community. Weil man findet das so nicht. Klar, wir müssen noch die Karte finden. Digital, klar. Im Internet findet man sie. Kann sich ausdrucken. Aber noch zur Vervollständigung. Gerade als Final Fantasy Fan ist das ein echtes Highlight. Ja. Das war es auch. Von diesem Flummerk bei mir in der Nähe, von dem wir nichts erwartet haben. Und doch ein wenig game-lastigen Kram gefunden haben. Was sind die Highlights hier? Ja, man kann für Gamer haben wir natürlich hier viele klassische Highlights. Ein bisschen Retroskram. Ja, natürlich. Retro in anderer Richtung. Jetzt auch im Gaming-Bereich. Keine Bücher. Habt ihr ja gesehen. Von den Spielen, das sind viele schöne Sachen dabei. Besondere, weil man sie nicht häufig sieht. Aber ein Highlight auch wirklich das. Spiro und Fantasio Auto. Das wird unsere Sammlung zieren. Weil als Comic-Fan damit aufgewachsen ist es etwas Besonderes. Und das ist, ja, erfreut einen. Macht einen auch dann begeistert einen, sowas gefunden zu haben. Gut. Und ich will gar nicht mehr weiterreden. Das waren unsere Flohmarkt-Funde vom heutigen Sonntag. Und, ja, liken, teilen, abonnieren, sage ich ja immer. Kommentieren. Ich freue mich über eure Diskussionen. Was ist euer Highlight hier? Hättet ihr das auch mitgenommen, wenn ihr Super Nintendo sammelt oder Final Fantasy für den Preis? Also, das lasst es mich gerne wissen. Und, ja, wir sehen, wir hören uns beim nächsten Mal bestimmt wieder. Ich freue mich drauf. Bis dann. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.